Stato, Stato. Hallo. Hallo. Also. Hallo. Raven King muss noch ein bisschen leise sein. Wir haben... Also ich hab ne Scheißnachricht für euch. Alle... Alle Quests, die wir jetzt aufhaben... Ja? Sind keine Hauptquests. Sind keine Hauptquests. Die nächste Hauptquests gibt's genau hier, wo wir grad sind. In Homestead. Cool. Die schlechte Nachricht ist, wir brauchen den nächsten Status bei Homestead. Und er ist sehr niedrig. Bei mir zumindest. Wir müssen honored sein. Und wir sind grad respected. Ich hab's auf Englisch... Warum auch immer hab ich's grad auf Englisch. Ja, wir sind da respected. Ja. Jetzt ist die Frage... Ich hab keine Ahnung. Warte mal, das kann man doch bestimmt auch gucken. Ja, jetzt ist die Frage, soll ich wohl nicht... Oder... Killing Beasts, Quests... Und Bounties, steht hier unten. Also, Viecher auf die Fresskloppen, würde ich jetzt mal sagen. Und dann mal gucken, ob's was bringt. Wir können halt mal... Halbstündchen rumlaufen und Viecherkloppen hier in Homestead. Müssen nur gucken, dass wir in Homestead bleiben, ne? Guck mal, wenn ich auf die Kart gucke, ist links auch noch nicht ganz aufgedeckt, zum Beispiel. Ja, da können wir hingehen, das wollte ich grad sagen. Ja. Wir können aber auch noch schnell gucken, ob's hier noch ne Quest gibt. Ne Bounty Quest oder sowas. Aber ich glaube fast nicht. Weil durch diese Bounty Quests... Ah doch, take a look at the Bounty. Accept the Bounty. Jetzt haben wir eine. Das 50 Stück Weevils, oder? Das ist das doch das Neue. Aber wir müssen das alle selbst machen. Also, Jan muss auch noch annehmen dich. Echt jetzt? Ich muss das eben auch annehmen. Ah gut, das ist aber das mit deiner 50, oder? Wie heißen die Scheiß, Chris? Bei mir heißt die Weevils. Bounty Weevils. Ja, ja, ja. Bounty... Nee, die gibt's bei mir nicht. Ah. Äh. Ich hab grad groß, weil ich so schnell bin. Ach du Scheiße, hab der schon noch sehr. Was denn? Guck mal. Ich hab das gleich groß, weil ich nicht so cool richtig drauf zu hauen. Sieht aus wie ein Bug. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui also ich muss irgendein momogara in the jacket waste kill ja jacket waste habe ich auch aber das ist was anderes wollten wir nicht nach links gehen ja der weg brennt ein bisschen eventuell wollen die halt dass man sich für die letzten drei akte halt auch ein bisschen hoch level 3 also anscheinend braucht man einfach eine höhere rang das ist das gebiet schon neu da muss man darunter baster 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 und baster elmsworth farm servus nobi wir müssen sinnlos sachen töten jetzt davon wie will den wir brauchen das sind die sagt das wort noch mal das ist halt so schön wie will ja wie will wie will wie will ein bisschen wenig gegner ja gegners gegners bitte ja gegner zu fällen entgegners ich habe zehn 11 wo kam der elfte jetzt her die wo schön also ich habe already restored vielleicht muss ich noch den morgen da killen momogara oder wie auch immer der müsste dann aber auch hier irgendwo sein da lass mal noch ein paar killen megara der herrschaft von megara das ist eine folge bei kiss the future lauf dir rum ja ja seitdem gott gang städte jetzt warte ich jetzt alter hat das eben gott gang was jetzt los okay ich muss mal gucken warum das hängt der herr backpulver muss gucken warum es bei ihm so hängt irgendwas downloaden bei mir downloadet was ja aber das dürfte bei ihm ja nichts ausmachen und das ist ein guter eiwand ich habe nichts zu trinken doch jetzt schütte ich mal kurz reconnecten dann bleibe ich hier einfach stehe ich bin gleich wieder da erinnern dann machen wir mal total die auf und dann kann ich wieder reinkommen das ist schick sonst kann alles klar wahrscheinlich rechte der markt schleimhaar in zündung die zeit von krank schien n vorgestanden zu trennen und schuldig abgestanden und blutbart schlapperlatz was 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 da was was wie angefangen weiter so können halt noch der mich von der Ratgeistung und dann hat es mir komplett die ganz schweißen krachen gekommen bis vorhin und dann wird halt aus dem druckbrenner nachdem ich dann pantefazolblumen hab und halt schmerzen und heute war es dann halt mal mit weg und dann heißt es noch nicht drauf nachdem ich die leute aus dem discord dazu getränken den salat essig das war ja ich wusste aber war fleisch drin ja aber war da auch ein essig dazu drin und mayo ich glaube nicht mayo aber ok und frühlingszüge bei mir links ich habe hier was oh ich habe hier was ich habe hier was ich bin mal nicht dran und walders eine Tits walders eine Tits also ein fraktionsding hat sich jetzt nicht so viel gedauert also irgendwas hier um wenn man sage ich aufheben und die Köln und keine hatte keine was hat hatte keine die Köln zu machen ich hab den König der ich glaube sogar der kam noch die serie glaube ich müsste man noch soll man da ohne weitergehen oder wie ihr wollt ja können wir machen die atmosphäre in dem spiel ist super no wieder gibt so viel geile gebiete aber wir müssen hier herum machen weil wir in dem gebiet besonders viel ehre brauchen damit es weitergeht im spiel ich liebe aber aber wie heißt das vier was du kille muscht für homestead muster war slam okay du weißt das hat aber kein sekt aber jacket wo ist es nicht holster oder doch das ist noch vor vor homestead jetzt bin ich respektet wir brauchen 5.000 998 ich habe 5543 also bei mir ich brauche noch 4468 wird es ach ne für ganz voll und haben 5532 ok da sind wir ja relativ ja ich habe aber homestead 998 dann kannst du aber nicht respektet sei der max wert ist jetzt 250.000 oder 25.000 moment kannst du mal kurz auf sturm schalten nehm macht du über skype spinnst du hallo meine frau will übrigens noch fragen ja sind da die karte auch einen eigenen sanitätshaus was auch für einen eigenen sanitätsplatz was nein die war heute in einem mit deinem namen ach so ja natürlich deutschland weit ist eine kette so groß gewesen ich glaube der hört uns ja ja der rennt wenn er uns hört soll an meinem kreis rennen ok gut wir spielen bis halb zehn und dann spiele ich noch halbe stündchen dreiviertel stündchen stündchen plätze für muss dann hast du mich nicht das darf ich das ja ist geil das spiel darf er das weib fragte nur wie darf er das weib wie darf er das wenn dann morgen nicht aus dem bett kommt dann hole ich den wasser eimer oh ja ist auch noch nicht aufgedeckt ich mag es wie die bäume da aussehen ja das sieht alles cool aus wie bäm halt wie bäm halt hallo nogi hallo kyle hallo senras ist gar keiner da ist keiner da Nico ist da hallo Nico ist der Nico oh ich bin ein liebes du musst doch den Herr Backpulver und der Herr Ravenking grüße die sind im Skype hallo Herr Backpulver hallo hallo Herr Ravenking die hören dich nur also die hören du hörst du nicht so rum ich weiß ich hab ja auch keine Kopfhörer Wieso hast du keine Kopfhörer? Kannst du dir das nicht leisten? Nee. Warte mal, der Jan ist noch nicht da. Ja, dann warten wir hier. Wer ist denn Dabisch alt? Dabisch alt ist der Jan. Ich bin Fetty Furz. Fetty Furz? Das ist gut. Und der Herr Backpulver ist Blutbart schlabberlatz. Das war ein Item bei Tortschleid, was man gefunden hat. Das ist auch gut. Ich kann lesen. Ja, gerade so. Ich trinke mal was. Ah, Raven King ist wieder da. Wie war er denn? Stummgeschalte. Abendmüh. Oh. So, können wir. Können wir mal. Können wir mal. Können wir mal. Wäre geil, wenn die kotzen könnten, wenn man die die ganze Zeit dreht. Das hab ich so ganz sondert. Wer soll wissen, bessere Hälfte gewesen. Grüß mal uns gegenseitig. Gruß vom Nobi. Hallo. Hallo. Keine Schwanzgröße. Wo sind wir denn hier? Noch ein Tag. Also Leute, ich bin, ich hab wirklich nur neun. Warum bist du vollgestopft? Das heißt 1046 Homestead. 1046. Wieso hast du so wenig? Ach, da gab's doch mal ne Quest, wo man sich entscheiden muss für irgendwas, ne? Könnte sein. Hallo, willkommen im Stream. Ja, Grim Dawn. Wir, wir brauchen Ehre für Homestead und wissen nicht wie am besten. Wir machen jetzt irgendwie Bounties. Äh, keine Ahnung, ob's das bringt. Hört das hier noch zu Homestead? Was ist denn das für ein Gebiet? What the fuck? Das gehört nachher zur Homestead dazu. Also zu einem... Kopfgeld, Bounties. Okay, mach mal auch gerade. Warte mal. Ähm. Lass uns mal hier ein Portal aufmachen. Weil wir können... Wir können das Kopfgeld abgeben. Und dann können wir gleich das nächste annehmen. Ich hab das Kopfgeld noch nicht voll. Ach, du hast da nicht voll? Okay, gut. Ich hab das Kopfgeld. Die, die 50... Wie hieß es? Wie willst... Hä? Die Jan hatte doch, ob er gesagt hat's, oder nicht? Ich hab 47. Die hat jemand die Kürbisse nicht geerntet. Die sind alle verkrankt. Tja. Hm. Alles kaputt. Äh, ich weiß nicht. Normalerweise haben wir's auch auf Deutsch stehen. Also ich auch. Aber, äh... Irgendwie hat er das Sprachpaket gerade nicht drin. Ich weiß nicht warum. Das sind Arke-Fiecher, aber... Ja, wir müssen wieder zurück, wahrscheinlich. Oh, oh. Oh, oh. Das ist ne Paketma. Ein Paketma. Ich verzieh mich mal wieder hinter die Kulisse. Uh. Wir waren doch eh mal noch Käfer. Ich weiß nicht, Leute. Käfer. Wir können gleich weiter vorne machen. Hey, Senras. Hi. Hm. Das ist ja noch irgendwo okay, ja? Wir können... Wir können... Ich bin gerade überlegen, ob wir das Gebiet nicht wirklich noch clearen sollten, denn... Hier gibt's bestimmt noch einen Devotionspunkt. Hallo, Senras! Devotion. 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 Ha, voll abgeknallt. So ein Feuerball Junge. Ui, ui, ui. Nachtlicht schreibt langweilig. Danke. Ha, 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 ha. Ich muss streamchen, du. Twitch? Ich kann kurz, dass ihr doch einen Account habt. Senras weint. Naja, die überall wahrscheinlich Accounts hat. Mutzloben, Streamerloben. So. Wie sieht's denn auf der Card aus? Ah, da ohne. Das ganze Ekel. Das können wir noch holen. Unser Ekel. Wieso ist ein... Personal Rift? Waren wir hier schon? Anscheinend schon? Ja, wir waren hier ganz am Anfang. Ach, ich mach die scheiß Käfer. Wie ihr zur Stadt wolltet. Dann hat's... Jan hat aber Jan doch gesagt, dass er den Bounty noch nicht hat. Hm. Hab ich auch einmal aufgemacht. Oh, oh. Hey, hier ist ein Vieh. Äh. Ist nur irgend so ein... Blaseflügel. Ein Blaseflügel. Ja, der hieß Blasewink. Blaseflügel. Was auch was. Blaseflügel. Ich hab jetzt so ein bisschen hab ich schon steifelt. Hm. Ja, sicher auch. Hast du auch, ne? Merk ich. Schwierigkeitsstufe ist normal, ja. Könnte doch noch Käfer sein. Nur ein Scherz. Alles gut. Alles gut. Wahrscheinlich schon auf dem Feld. Hey, wir sind schon wieder weg. Jo, ist gut. Lass den Alten zurück. Ah, okay. Bisschen. 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 Arsch der Welt. Da bisschen doch. Doch, echt. Wir sind schon zu weit für die... Käfer. Vielleicht haben wir da... Da waren grad noch Käfer frei. Ja, ab und zu kommen noch ein paar. Ja, die sind doch auf der Felder. Infested Farms. Das klingt doch gut. Gehen wir da links. Stopp. Du links. Hä? Links. Hier. Hier. Hier müssen dann noch welche sein. Komm. Boot, 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 boot. Ja, und das ist noch ein relativ langweiliges Gebiet, Nobi. Also da gibt es noch viel viel geilere. My inventory is full. My inventory is full. Leg mich doch am Arsch. Gibt es hier noch irgendwo Viecher? Dann nicht. Nein. Da müssen doch irgendwo Gegner sein. Hier sind schon die ganzen Endphysies. Ich meine, wenn nicht, wenn nicht kümmert, das Gebiet irgendwie neu laden. Vielleicht in jener Welt. Ah, da, guck mal, guck mal, hier, hier, hier. Ganze Scheune voll. Alt voll. Das ist eigentlich voll, oder? Eigentlich. Das ist das erste Mal. Erster Grim Dawn Run. Genau. Aber wir kommen nicht so regelmäßig zum Spielen, also wir spielen bestimmt schon drei Monate oder so. Sind in Akt 3. Und brauchen jetzt halt, äh, hab ich jetzt nachgegoogelt, weil wir uns gewundert haben, dass nur Nebenquests nur noch da sind. Kann man das jetzt abgeben, oder nicht? Äh, ja. Ja, abgeben. Oh, stimmt. Rent One. Rent One. Rent One. Rent One. Rent One. Ist aber gut, dass wir in Homestead sind, da kann ich gleich mal ein bisschen Zeug verticken. Äh, ne. Wo ist denn der scheiß Tisch jetzt? Da. So, jetzt hab ich einen Rang von 1203. Ist das ja geil. Ich hab hier keine Quest gehabt. Ist das nächste Deep Dweller? Slay Gollus? Slay Bruiser? Fort Icon war mal schon, ja. Also Bounty the Bruiser hab ich auch. Ähm. Slay the Bruiser Romano. Ist halt die Frage, ob Bruiser zu Homestead gehört. Ob wir das jetzt grad neu dazugekriegt haben, oder Gollus? Endboss noch nicht gelegt. Ne, 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 ne. Ich hab Gollus. Wir sind, wie gesagt, wir sind erst in Akt 3. Ich hab Achmogara. Äh. Ich hab Achmogara. Ich hab Achmogara. Da. 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 Das ist ja eigentlich nicht da. Was gibt's denn noch? Na ja. Was sollen wir machen? Ich hab Megamogara und Gollus, hab ich beides. Servus, Zoll Andi. wenn ihr schon in Fort Icon wart dann die Fort Icon Mission machen also bis zum nächsten Portal wo man die nächsten Quests bekommt, wie gesagt wir sind ähm ich hab nachgeschaut und die nächste Hauptquest die wir hätten kriegt man erst ab einem gewissen Ehrenwert und den haben wir noch nicht also meine Bounties die sind alle in Old Arcovia also so weit sind wir gekommen hier oben und hier hier ging es dann nicht mehr weiter quasi wir können nach Old Arcovia aber ich muss noch ein bisschen Zeug faktiken jetzt grad mal schnell dass ich ein bisschen Platz hab aber wir müssen in die Jacket Waste um den Spacko zu killen alle Bounties gegessen haha das Homestead Level ist hier siehst du und wir brauchen Honored für die nächste Mission also noch Old Arcovia jetzt wollen wir nicht da diesen 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 äh wie heißt er Mogara töten wo ist der Hauptungüste wo ist denn den ja da müsste man noch ich mach ein Portal auf ok ich kann da weiß ich trink noch mal sorry viel Spaß beim Level ja ich weiß auch nicht warum der Rang bei uns so niedrig ist es ist echt krass ja ihr müsst so lange warten bis ich überhaupt mal kommen ah jo das kommt ja noch dazu super lustig äh 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 wo ist der äh in Black Legion X blablabla äh 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 von dem Camp ich glaube von dem Camp hier also allerdings unten ja toll da kommt man ganz viel so äh da muss man holen lassen also rumlaufen ich renne euch hinterher äh so rum also ich wüsste aber auch nicht was wir im Verlauf der Story ich sage mal falsch gemacht hätten damit wir so wenig so wenig irre Junge haben ich raff es echt nicht ich finde das mit dem Rang für die Registration in Ordnung aber nach so die Rob Story ich habe gedacht was man das so optional habe auch gedacht es wäre optional aber wie gesagt ich habe so eine so eine Seite gefunden wo du halt die Quests durch die durchgehen kannst so eine Checklisten Seite und da steht die nächste hat eine Rang Forderung kann auch sein dass das Bullshit ist ich weiß es nicht vielleicht sehen wir auch einfach blöd aber gut wir können ja jetzt mal die Bounties machen genau warum nicht ich meine wir hätten sowieso jetzt die ganze Nebel Quests weiter gemacht wahrscheinlich von daher machen und dann essen meinst du die Gegner Nobi ich glaube da kannst du dich satt essen an denen guck dir die an hallo Herr Mendl dann müssen wir runter granatieplitter Mendl der Mann mit dem Grenadesplitter ja genau das gute Bounty man mit dem Panzerschreck schreckspanzer getze flammenwerfer etwerfs flammen ich glaube soweit alles fit und bei der herr mindel geht das gut und die spritte hatte mich eigentlich ganz normal ja ja du bist noch mal nett leiser oder lauter wie sonst dass ich leck oder das mache ich doch immer nicht umsonst ich glaube ich erinnere mich wir waren in der Höhle und dann haben wir noch gesagt aber immer die Quest erledigt durch noch gesagt welche Quest durch die zu dem Zeitpunkt nicht gehabt ich glaube ich ja ich ich muss aber auch irgendwas irgendwas nicht gehabt habe dass ich die menschliche Punkte ab wie hier so geht es nicht lang man konnte sich ja einmal im im Laufe der Quest konnte man sich ja für irgendeine Fraktion entscheiden da hat man ja schon mal das Problem wir hätten mal durchlesen sollen lesen ist für anfänger klicken 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 dass sie das in england oder was dass er das plakat verbieten wollen mensch das herr mindel aber das ist auch nicht das was mir glaube ich suchen naja ich glaube der Boss ist draußen das egal vielleicht müssen wir auch der Ausgang von der Höhle und dann kommt der Boss was hier ist was aber den suchen wir eigentlich nie oh direkt das gab vom 2er oder vom 1er oh immer 2er wo interessant cool denn der Notionspunkte haben wahrscheinlich schon das ist doch heutzutage normal herr menschen und zwar von s vom zweiten teil kommt direkt das cut auf der blu-ray der stunden länger geht aber das ist ja stunden das ist schon assi aber das ist ja ja aber das aber das ist mittlerweile ist das ja normal dass dann denk dran leute helfen hilft und alle 60 sekunden vergeht in afrika eine minute wohlwahr 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 was denn hier lösen mensch dann bist du eigentlich wieder dokumentation von afrika aktuell ist das genau zentralafrika aber das ist ein landesgefäß zentralafrika und du gehst ja die strohs raus und musst die das moschis haben und das so gut braucht euch das ist so krass das nachts auch die borders unterwegs und wenn du denn nicht machst du dann wirst du weg gemacht schattest du bist für die normale du sollst noch zum normal wir werden den boss niemals finden ist das da in dem in dem schloss es müsste aber eigentlich eher mehr da oben sein der herr mendl fragt wie das geht ravenking es geht jetzt wie ich druck geht es von der schmerzen her aber es hat sich eben gerade so angehört von der schmerzen her geht es ich will schon nicht haben was ich habe und die geschwanz das bestimmt habe aber hier kann man bauten machen kann mit diesen krisen füchern fiesen riechern mein inventory ist voll das macht ihr denn immer nix ich habe nix ich sammle nur geld das ist ein entsetzlicher mittel der herr mendel fragt ob du was verschrieben bekommen hast das ist das muss was ich für mich so wichtig zu sehen und ja ich habe die formte Porto der 1740 mit dem Kopf aus 40 20 und fast jeden abgenommen ist ja wenn ihr gerade da rummacht wir sind hier gerade am rummacher ok eigentlich warte ich auf euch hast du schon mal einen Schlauch geschluckt und was für ein Schlauch der geschluckt hat Herr Mäntel ja jetzt steht letztes Jahr aus der marke spiegelung gehabt das war das hier war das das war ja mein Inventory ist voll das nächste mal müssen wir in die city und dann hau ich mal den ganzen rotz in die in die tonen hausten die tonen hausten die tonen und das steht auf Videos wo Frauen Zeug in der Müll von euch schmeißen das sind ja geil ja hopp nehm die Sulu ja nehm die Sulu oh ja die Klackpackung du dreckst auf kennt ihr das nette das die Dreshing Videos hier ha 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 jetzt noch dem das irgendwelchen doch irgendwas frissen jetzt dann wegwerf Videos wunderbar Recycle Schlampen 4 Recycle Schlampen 4 genau heute putz mal richtig heute werfen wir das Plastik in die Biotonne ha 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 oh du bist eine Drecksau eh oh du bist eine Drecksau ha 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 das neue Video Räumungsverkauf Räumungsverkauf ja alles muss raus alles muss raus und jeder darf rein äh ja Herr Mendel ich weiß Bescheid wenn er kehrt was Entschuldigung ja das geilste Video ist Räumungsverkauf alles muss rein und dann äh alles muss raus und dann darf jeder rein oh ja hau damit ich muss mal kurz trinken holen äh Backdoor Inventur 4 äh ach das ist die Wüste die Wüste Wüste ah ich glaub hier sind wir schon richtig es ist vor allem noch nicht aufgedeckt das Gebiet du steckst lange her räumst lange rein werf's lange weg das Vieh des Vieh was mal suchen ist der Boss von diesen Viehchen das ist ein Manngekordern wahrscheinlich hm ja 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 helft Nihil Baterpäschtesatz helft Nihil helft Nihil und ich hab nix spent ich hab nix gespendet oh hier da ist er das sieht aber net aus wie ein Manngekord aber das ist der Flammtoucht Spacko ich hab nette Boxe ich hab nette Boxe ich hab mich um die Mobslinks gekümmert ich hab nette Boxe ich hab nette Boxe ich hab nette Boxe ich hab nette Boxe 590 6104 das war doch nicht wir müssen weiter gucken soll ich jetzt machen sie müssen ihr weg in mir gerade bis ich so viel habe das ist doch egal dann macht man halt weiter mehr bauen dies wir kommen bald hat 155 müssen noch immer im auto sterne dose sterne er hat kein auto aber morgen kommt er an seinem freien tag nur um borderlands zu holen bezahlt extras taxi es gibt auch sowas wie amazon die bringen dir das helm wir sind ob der das kennt aber als kollege von herm ende der hat sehr viele videospiele und lustig jetzt im taxi ins ins geschäft morgen fahrer borderlands zu holen wir haben auch der schafft doch im elektrohandel der hat halt frei der hat ein freier dach das wege und er lässt sich ins geschäft fahrt ja genau amazon was super deluxe edition du kriegst alles bei amazon du kriegst auch die super duper hyper legt mich am arsch super keine bombe edition das war jetzt auch für homestead ja für homestead für homestead für homestead kann man ja auch alles machen ja slave bloods one doomsayers habe ich 155 ja 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 habe ich nur der bruiser roma roma noch aber da müssen wir mal lesen ja ich möchte überm pc schicken lassen dann melde ich dann äh beruf dich gerade aufm pc auf dann müssen wir lesen wo der ist die stuhl nach oder was auch online offen klein momenten wache um welchen wollen wir machen dein mutter bruiser oder kohlus in einer mine über den vorhild in old akko wir machen wir ein portal die warte wir decken hier noch auf oder ich sagte könnte halt irgendwo noch in die motions punkt geben und dass die musik ist cool das will ich nicht verpassen die musik ist cool du bist cool da ist auch cool ihr seid cool ich habe einen gerade völlig blind die map aufgedeckt da ist noch ein kleines schwitzel was mir fehlt das hole ich noch ja ist egal ich steck es trotzdem auf ich bin mal in der vorhild sind und unter 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 mache eine portale steht schon steht schon jetzt habe ich mich irgendwo hin teleportiert das ist noch besser herr menschel der menschel schreibt mir fällt mir fällt gerade ein er ist amazon prime kunde fährt mit taxis chip ja gut aber es könnte sein dass er morgens um 8 das spiel holen kann aber amazon liefert erst um 9 oder vielleicht bei welchen dingen sie warum sie arbeitet werden ein geschäft ein elektronik fach und ich will den namen jetzt nicht mitnehmen experten gehen dort einkaufen wir achten neustadt geben wir müssen ich schreibe mir gerade das dorf auf und habe dynamit gefunden im mendelstor genau wir laden mal irgendwie da in die andere richtung von der mine oder müssen wir in die mine wir müssen in die bühne wir müssen in die bühne Alarm Wälder Schäuble ist was sind Mainz Böde vor Hälzen oder Korre dann ist es wohl erst als Rönn wie kommen wir dabei ist es da waren bei ihr betrunken was soll damit Terminale der Wörter macht das wurde weiter ich glaube das andere wir müssen erst mal hier drüben ach da machst du das okay ach nee hier geht's nur klar spring spring auch das schon wieder ohne ich erinnere mich erinnerst du ich kann nicht rennen wie waren das ich glaube wir müssen wirklich durch die mine durch um darunter zu kommen nicht hier außen rum viele viele fette leute können soll sehr schlecht sein herr mädel sollen echt nicht gut sein leider dark pictures aber wie heißt irgendwas auf medan auch dieses soll leider sehr sehr schlecht sein wenn auch mit ihnen oder mit damen oder wir wollen es sein da noch mal nennen da noch mal nennen können wir hier kurz umhalte die nachtlicht-druckkarte bitte gern bilder schicken für smileys bei discord moment ja und kann sie doch schicken jetzt mal schreiben die kann man stehen da auch deinem Mann deinem Mann halt aber schriftlich doch genau man noch mit dann wie was machst du du bist doch du bist doch du bist doch das andere links moment in die mit oben links jetzt drücken rückwärts ne die zwei drück die zwei drück die drei Guck dir mal die Stiefel an. Ich sammle sie einfach ein. Stiefel mal her und guck, ob die besser sind. Es ist wohl nicht so wie Until Dawn, das ist das Problem. Ich weiß jetzt nicht, was für Stiefel das waren. Ich hab sie einfach eingesagt. Ich skill mich im Dorf beim nächsten Part. Versuche ich mich komplett umzuziehen. Ich hab so viel Feuerzeug und weiß jetzt nicht, was besser und was schlechter ist. Vieles konnte ich auch noch gar nicht anziehen. Das kommt jetzt bald. Die Nicole aus Stiefel, ajo. Ich hab Probleme nicht. Ich kontaktiere. Ich mach nur kurz. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Ah, sorry. Äh. Wenn das ja bleibt um die Gruppe schicken, willst du die Bilder, dann musst du ihn finden. Die Perl. Ja, dann steht hier. Guck mal, ich hab da was mitgebracht. Warte mal, ich... Oh, jetzt ist es kaputt. Warte mal. Äh, Message. Ich muss schon mal schauen. Penis. Sie müsste jetzt Penis von mir erhalten haben. Ja. Ich gucke mal unten oben. Ja, ich hab's ja gesehen. Ja. Ich schreib größer. Penis. Ich schreib's noch größer. Penis. Jetzt. Okay. Okay. Per-fekt. So. Was? Ich hab perfekt geschrieben. So, wer hat jetzt was für mich? Ich hab einfach nur rausgeschmissen. Was hast du? Aber du kannst mal gucken, ob da was dabei ist. Verküttel vielleicht. Verküttel vielleicht. Na. Ja, ist leider nix. Ist leider nix, Herr Wendel. Es soll wirklich nicht gut sein. Können wir mal. Ajo. Verküttel nix. Hm? Ich schätze ein Ring. Boah, der ist assigut. Geht ihn zurück. Geht ihn weiter. Er hat keinen Ring genommen. Okay, doch nicht. Werf den Paul ins Feuer. Schwefel-Schulter-Schutz. Was macht denn der Raffineser? Der schultert die Schwefel vor Schutz. Cool. Komm weiter jetzt. Hopp. Hopp. Ich häng. Hopp. Ich häng. Ich komm doch nicht raus. Ich an. Ihr dürft nicht hochlaufen. Ihr müsst ohne durchlaufen. Hopp. Ich spiele aber, oh, nein. Nee. Ich bin hier, nein. Äh, was? Oh, nein. Äh, was? Äh, was? Der Arsch. Äh, was? Der Arsch. Äh, was? Kann man die Verwecken bevor sie bei mir ankommen? Was soll das? Was ist da los? Ich weiß, Herr Mäntl. Ich weiß. Da sehen manche Gegner so aus wie der Titel. Typ. Typ. Ich streng mich ab. Vielleicht kriege ich's demnächst hin, Herr Mäntl. Was soll die Minen? Haben wir hier nicht angefangen und sind dann außen rumgelaufen? Nee. Links. Ich glaub, wir müssen hier runter. Was glaubt denn jetzt was? Ich glaub, wir müssen hier lang. Okay. Oh, mach das so'n Krach? Schlesst du mich an? Stimmst du? Mach das so'n Krach? Ich glaub nicht. 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 Nett. Gut. Ah ja. Dann kannst du krachen. Das ist ein Boss. Äh ja. Die Ratte. Aber das ist nicht der, den wir suchen irgendwie. Nee, aber der ist hier drin zumindest. Cool. Ich hab das heut noch einmal angenommen. Dann ist das. So. Äh ja. Dann war das bestimmt die Minen, die mir vorher drin waren, wo der Boss drin ist. Nee, vielleicht kommen wir an einem anderen Ende wieder raus. Ja. Nach Patch 109. Ach, ist das von dem Man of Medan oder was? Dass da steht immer noch starke technische Probleme oder was? Ja, es hieß ja unten, ne? Also wir müssen gucken, dass mal irgendwie runterkommen. Äh, ich glaub das ist hier irgendwo. Bist du sicher, dass der in der Mine ist? Dieses. Okay, okay, okay. Also ich kann auch dumm sein. Nee, es können, es können in einem Dungeon sind teilweise auch mehrere Busgegner. Vielleicht ist das aber auch in der Mine, die wir vorher waren. Aber wir kommen auch relativ schnell. Wir sind uns gerade im Kreis, äh 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 Dann lest du dir das mal durch und sag mir, wie du das verstehst. Nee. Ich lese gar nix. Gar nix. Nobi, das Problem bei Konsolespielen ist, du kannst keinen Community Patch einspielen. Kann man lang drauf warten. Ach, was ist jetzt? Wohin? Ja. Dann, ich lese ich. Ich kann es lesen. Herr Mendel. Eine gute Frage. Boom. 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 Die World Map bringt nicht viel, wir müssen in irgendeinem Minen um den Gegner zu finden. Ja, man. Hast du die Quest auch gezeigt? Ich glaube nicht, ne. He is rarely seen away from his boss in the mines below the four hills in Old Arcovia. Dann müssen wir noch mal in die Mine rein und müssen gucken, dass wir irgendwo tiefer gehen. Lass mal, lass mal in die andere Mine da. Die haben wir jetzt fertig. Das ist nur eine, oder? Ne, das sind zwei. Warte mal, geh mal in das Portal. Ach, da unten ist noch was. Ne, das ist das Wespen-Netz. Geh mal in Crondys Hideout. Da müssen wir rein. Da ist der drin. Ich komm nicht ins Portal. Ich klicke immer auf The Raven King. Das macht mich kirre. Ich mach mal eigenes auf. Wo seid ihr jetzt? Warte, ich mach ein Portal auf. Ja. Okay. Mein Rat zum Problem? Ja, gern. Was geht, was geht ab, Herr Mendel? Ach so, wegen dem Receiver, oder was? Guck mal, da ist schon einer. Aber das ist nicht der... Ja, warte, wie gesagt, es können als mehrere drin sein, ne? Ja, aber wir sind hier richtig, dass dieses, dieser Cronday ist der Boss von dem, den wir jetzt grad kaputt machen sollen. Da versteckt sich irgendwo. Dreckig. 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 Ja, da ist unser. Dreckig. 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 Gute Moneybags T-Bags So, da ist noch einer Die Reni Äh, die Bosse gibt's nicht Hat auch mit Tankenraum Ah, hier unten geht's mal weiter Äh Ich geh mir erst nochmal da unten lang Ja Da ist ein Das ist der 800 Das ist der Achmed Wir suchen nach Achmed Wir suchen Achmed Oh, hier ist der Wespen Äh Vielleicht stimmt mit der Grunddatei irgendwas nicht, Herr Mendel Und deswegen geht er damit falsch um Ich wüsste nicht, warum der das sonst so aufsplitten sollte Okay, wir sind doch hoch Und wir haben da unten diesen Kreis noch nicht Welchen Kreis? Ja, ganz links unten am Anfang sind wir noch nicht Dann gehen wir da zuerst hin Hämmer doch Ja, aber Ich glaube Ich bin gerade eben nicht abgerannt Die Karte haben wir sowieso schon komplett aufgedeckt Aber der Bus muss ja irgendwo auftauchen Genau Cool, Mann Cool, Mann äh Ja, ich vermute, Herr Mendel das mit dem Film generell bank der pd bank die lieblingsbank eines stotteres das kann das kann sein aber das ist der frotzen chill hart frotzen ich muss gerade noch bisher was raus schmeiße hier aus dem kack lade inventar rassist okay also hier war auch nicht man sollte man sollte man einfach mal rufe dann kommt ja vielleicht hallo brusa 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 ja wo ist er dann ja wo ist der feine brusa ja wo ist er dann herr brusa wenn du das über dem spiel laufen lost über die ps4 laufen ist htcp 8 deaktiviert auf der konsole deaktivieren wenn man angeblich aussieht über das splitter und dann dürftest du das capturen können das sollte so hatte ich mir die szene für man die rausgezogen für die immerhin voll was tom cruise das müsst ihr aber auch noch mal was die stelle noch gezeigt war nur wenn man das wahnsinn so ja bei hauptquests nicht bei so nebelquests erscheint der stelle netzens hätte man den joach sehr bei einem anderen monster recht nicht mehr also habe ich kein problem hermendel alles klar ich gucke dann nach dem stream gucke ich dann wo ist denn alt da ist halt nirgends ne ich meine der boss der ist netto dort in der anderen min vielleicht doch was verpasst das ist hier die richtige mine verstehe ich nicht da geht auch weg hier geht es nochmal lang das sieht so aus das kann schon das kann schon das kann schon er sein weil das ist auch ein äther für sie da ist er die schlamm da ist noch das hat noch einer der noch stärker ist was man das ist der boss von den ganzen die tk klklklklklklkl ist mir egal ich will alles haben das war für devils crossing der wills groß ist dann hol mal noch warum sich das eigentlich mal gucken weil das schon offen ist aber hallo devils crossing auf ja die portale sind so scheiße ja wenn der einer vorne dran steht geht ja und der der vorne dran steht kommt nicht rein ich weiß wie ich mein so ich warte auf euch oh warte mal ich komme sofort ich komme jaja devils crossing ja hier am am table ich müsste das abgeben oder habt das eben gerade gekriegt das ist kein table wo ich was machen kann das ist ein hier hier aber kein nächsten bauen die hier annehmen sondern in homestead ins kriegen ja wieder keinen ruf was hier bauen die annehmen nein was hier also in der unterstadt auf unterstadt unterstadt in old akovia vorhanden ich habe keine ahnung genau nach old akovia cool 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 maß ist besser abgefahren als neues auffangen wie kommt man da hinten hin wir müssen da nach links aber wie kommt man da hin ja wir müssen durch den tunnel hier unten durch das west benetzt ne akovia underway entry müssen wir durch die mine da vielleicht oder gab es noch einen anderen ausgang ich weiß es nicht ach lass mich da lang laufen mein tod ist da glaube ich eh schon alles gab es noch einen zweiten ausgang oder ne vermutlich sind ja noch links theoretisch oder da ist ein ausgang ja wir glauben wir gerade noch rechts richtig also wir müssten eigentlich jetzt woanders daraus kommen nicht nach der logik frau vielleicht geht es ja aha danke danke so und nein wir sind in miete drin mit allein mit allein wo sind wir denn jetzt ja wir sind doch offe dann lass noch mal zurück dann lass noch mal zurück wo hin zurück warte mal anstatt anstatt äh noch alt akovia ne doch wir müssen alt akovia nehmen oder twin folds das bin ich das bin ich das bin ich komodo komodo offe ausprobieren oder nicht ja moment erstmal was gucken kommt man mit weil du offe ist bei mir ein stück grau ne ok deswegen war das grau ok dann probieren wir das weschpennetz jetzt nächst soweit so fit kyle oh ne halt stopp nein was ich bin ins portal neu gerannt wo ist es denn ja wo ist es denn moment sind wir jetzt auf der anderen Seite nö geh rauschen ne echt schon das westbarnest brumm 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 das gute westbarnest ja die dritte das war so immer so gibt es ja einen ausgang er gibt es nicht zu sehen schicht ne ich schieb naja gut dann können wir wieder raus guck mal den büscherst level für bei den low kreaturen komm ohne wenn du die karte runter gehst sieht das aus als wäre das so ein kleiner Übergang mit jetzt bin ich schon wieder in die Höhle rein ja leck mich doch ja leck mich doch gibt es da auch gibt es da auch gibt es da auch wie ist die man doch nochmal hinkomme keine ahne das schickst du uns sorge da kenn dir das Video guck mal unten ist staunten mein entrance ja dann lass mal da hin morgen gibt es die smart deals aktie ok ich brauche gerade keine neue fernseherr mentl ich bin eigentlich noch zufrieden soweit ist ich auch und mein fernseher ist schon für jahr nur er muss jetzt halt austauschen ne die mine ist auch nicht aber da hinten könnten rüber gehen bist du denn sicher dass man darüber können selbst schon guck mal will sie nicht das ja natürlich so so ich gehörte ne hier geht's nicht drüber gar nicht ah ne ich bin falsch das war ein falsches Zippel hast du noch irgendwas einstellen müssen Kyle oder ist es hat es einfach funktioniert ne geht's wirklich nicht oder siehst du aber wie ging's denn darüber Steps of Torment Entrance wie ist die man da nochmal hingekommen wir waren da schon ein paar mal ich weiß es noch ach lass uns einfach mal in die Mine gehen und gucken ob wir drei Ausgänge hat oder nicht ich bezweifel's ich auch nö hat's nicht warte mal tschau Andy danke fürs Einschalten äh tschüssi grim dawn how to get to Steps of Torment warte mal ich guck mal was wir müssen nach Broken Hills ne 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 Twin Falls kommt mal nach Twin Falls bitte oder ich mach einfach ein Dings ach super ja aber hast du es ist so einfach gewesen ich bin schon auf der anderen Seite wo wir eigentlich hin wollen dann mach ein Portal auf habe ich ich deck mir mal ein Portal auf hast du äh Hamachi laufen Kyle oder läuft's so oh man das ist hier irgendwo ist der Bots aber wir müssen hier in die Under City also in die Mine rein da wo wir mal so oft gestorben sind ich glaub schon mit diesem komischen Raum da ja die geht aber falsch ich ich bin überhaupt gar keine XP klar das bringt nichts mehr das bringt nichts mehr kommt ja da wo? ja wie? ach ne achso da unten ist ja auch eins ne läuft da weiter alles gut ich komm runter ich komm runter ich sag jetzt nicht ist doch ein Wespennest ach das ist nur ein scheiß Wespennest er leckt mich doch fett komm joo jetzt mal zum anderen Ding äh ja geister bumm die zerfetzt sind Wespennest voraus aber wir wollen nicht nein Ubi leider nicht heute nicht ähm wir müssen hier runter ja oh mein pfui oh mein oh mein oh mein gibt's hier wieder die Brüste? war das hier? ja da muss doch irgendwo die Brüste geben war das nicht mehr Touchlight? hm oder so lang? ne nicht ich weiß ja nicht wohin ja hier drin irgendwo halt so müssen wir gucken dass wir nicht wieder in den entsetzlichen Raum kommen gell? ach diesmal sind wir doch stärker nimm das hört mal irgendwie das scheißhaus entsetzlicher Raum ach das Sack dieses Skelett ist vorne ne eine entsetzliche warte es gibt aber wirklich kein endliches XP ne du wolltest doch overpowered sei jetzt bist's ich hab nicht gesagt dass ich overpowered zeige denn ich bin bloß halt auch sehr möglich dann brauchst du die wir sind doch Bixen mensch Bixen 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 aber ich glaub selbst mit höherer Rüstung äh selbst wenn du das modden würdest dass du anders da aussiehst Bixis Bixen ne es gibt Edelbüchse oder nicht Edelbüchse ne DLCs haben wir gar keine mehr das Problem ist wenn einer von uns die DLCs hat kann er mit den anderen anscheinend nicht mehr spielen oh no hatte ich gelesen das ist das ist so tappisch ich will nicht nur anders aussehen ich will schon coolere Sachen aber ist er das? ne dann müssen wir da eigentlich nochmal killen achso Kill Rain wie auch immer Kill Rain ich hab Gollus gehabt ne das ist hier der für den hab ich gar keine bounty oh hä oder wenn jetzt falsch warte mal das könnte auch sein ich hab für den Gästen und Sandpump oh ok Gollus genau Gollus hab ich auch die andere 2 habe ich auch nicht ich hab den Gollus nicht tut man leid egal dann nach den Gollus aber da musst du selber gucken egal Geh mal alle durch Geh mal halt zu Slayer Slayer da das was blaues Slayer ok ich würde sagen genug mach mal aus ah jo wir sind schon dann halber ich hab hier ein blaues Gewehr ich glaub nicht dass der Lot hier so gut ist ehrlich gesagt warte mal guck dir das einfach nochmal an ne minus 1721 schaden ok es war gut gemeint wir müssen hier noch umlaufen ah ok bei euch hat es funktioniert dann haben sie das wohl gepatcht mittlerweile sehr gut also wenn einer die DLCs hat kann man doch noch mit einem anderen spielen sehr schön ich glaub nicht dass er passiert sein wird dann muss auf die zweite Ebene ich würde sagen mir geht die Stadt kackst du ab ja kack ab ok schnell er kackt ab schnell durchrennen los los achso ich war hundertprozentig ein Kicker hier drin hier drin jaja achso ja dann mach mal das noch nix nur noch der Turm haha 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 nach noch mal revival runde trotz spieler erst wieder ziehen mhm mhm aber den Account muss ich noch hauern oder neu hat man dann durch in die Brüste oh sch das hört sich immer als mit dem Meersau quieken oder sowas dein Stuhl was ist denn das? das ist der Stuhl wirklich ist der Stuhl? das ist halt nicht dick dieser Stuhl ist er da? ne ne das war aber der böse Raum es gibt noch einen dritten dritte Eben naja lasst ihr durchstellen die kleinen da die machen da eh nix genau das ist der entsetzliche Stuhl es gibt xp es gibt xp ja es gibt xp uuuh sagt es doch früher ja ich hab's heute schon gesagt gut so in diesem Sinne gute Nacht euch alle Leute es hat mich sehr gefreut ihr wisst bis die Tage ich komm wieder keine Frage ich mach jetzt aus und geh raus euer Herr Mendel Herr Mendel danke fürs Eischolse und sehen uns beim nächsten Mal kalt patch dich immer sehr gut so ist einer ach der patch stimmt aber patch ist ja nicht schön er kommt aus einer patchwork family das ist er nicht das ist er nicht das ist er nicht aber es war ein Hero you can be a hero baby i can take away du schmerzt du zu weh liebe leute zehn minuten nach krim thorn spiel ich nochmal plass vom plass vermiss die snubscheid feinde wenn wir ein level 50 sind können wir endlich die lila nur das A-O-Tür jaaa 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 und dann können wir die quest annehmen die nächste gleich fertig warst du das? nee das war nicht Kolus nee Kolus ist hier glaube ich eh nicht das war ein anderer dann habe ich die quest, dass hier hier ist habe ich auch nicht aber wir helfen dem Paul dann helfe ich euch ich hab die quest an die hier aber wir kriegen ja EP es ist mal so ich will jetzt gleich 50 sein ich weiß ich soll warten jede menge loot und hier waren wir noch gar nicht hier waren wir noch gar nicht ich will jetzt gleich 50 sein du bist denn von der Horst nicht raus du bist denn von der Horst nicht raus du bist denn von der Horst nicht raus wie macht ich das grüchte und dann das Raider ich bin jetzt gleich da ist er und es ist auch noch ein devotion der tut ganz schön weh ich sterb 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 ich habe ich machen wir da das war nicht offen er hat mit dem die wahlschutzpunkt bitte sonst kriegt er ja ja schwarz 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 Prozent wo sind meine XP Prozent der Unterricht die Wurzeln und die Wurzeln jetzt habe ich nur ein Wurm Oh ich will jetzt gleich 50 sein die Wurzeln so dann kehren wir in eine Stadt zurück ich bin gerade mal kurz über die Hälfte bei 49 das wird noch eine halbe Stunde dauern ja dann gehen wir noch immer hier und steht ja er hat uns Kackportal ich gehe noch umstehen ich komme doch kann ich mir vorstellen check ich habe gut angekommen das schön also ich will jetzt echt kann es doch sagen aber wo müssen wir den Scheiß abgeben eigentlich ja abgeben kann ich nichts ja hier ist auch nichts wir haben das für was anderes gemacht Legion Bounty Table ah okay so dann machen wir hier aus und in 10 Minuten bin ich wieder da okay bye bye tschüss